Okay, herzlich willkommen. Wir haben heute unsere dritte EM-Spezialausgabe von unserem Podcast ImFair. Herzlichen Dank an Chris, dass er uns wieder alles zur Verfügung stellt, was er hat hier oben. Willkommen Max. Max hatten wir schon zweimal hier sitzen. Max sitzt heute allein hier. Ich bin Henning und wir starten dann mal. Sommer in Deutschland, wir feiern zusammen, Hand in Hand. Max, jetzt ist die Gruppenphase in den letzten Zügen, würde ich es fast nennen. Morgen ist Deutschland beim letzten Gruppenspiel dabei und trifft auf die Schweiz. Und zeitgleich spielt dann Schottland gegen Ungarn. Wie fandest du das Turnier bisher? Generell erstmal. Generell. Also, von Deutschland her gesehen, waren die Spiele eigentlich echt alle cool. Aber ansonsten, vor allem von den Top-Teams, so wie Frankreich und so, da hast du halt bis jetzt noch nichts gesehen wirklich. Frankreich hat ihre erste vier Punkte geholt, ohne ein einziges Tor zu schießen. Richtig, wollte ich gerade... Das ist schon mal eine Leistung für mich. Ja, ja. Echt? Ja, ja, die haben vier Punkte, ohne ein einziges Tor zu schießen. Gestern war Frankreich gegen Holland. In Deutschland. Das habe ich nicht live gesehen, aber... Ich habe es auch nicht live gesehen, nur vom Fernseher. Genau, aber die Zusammenfassung sah super aus. Schnelles Spiel, hin und her. Ich fand das super langweilig. Okay. Auf jeden Fall, die erste Hälfte war gut, die zweite fand ich super langweilig. Okay. Also, es gab ja, soweit ich weiß, ein Tor, das wurde ja zurückgenommen, von der Niederlande war das, weil Dampfries ja im Abseits stand. Okay. Ich habe mir das angesehen, ich dachte, der Herr ist hier, der Herr ist hier, das ist so blöd. Okay. Weil der hat, soweit ich weiß, vielleicht habe ich auch Tomaten auf Drogen gehabt, ich weiß es nicht. Ja. Der hat den Ball nicht berührt und das Tor wurde trotzdem zurückgenommen. Ach, weil er so schräg vorm Torwart stand, richtig? Ich glaube schon, ja. Ja, und der Torwart, der Kommentator meinte, der Torwart hätte nicht reagieren können, weil er sonst in den Spieler reingesprungen wäre, in Dampfries sozusagen. Und deswegen wurde der Torwart behindert, also, der Torwart wurde daran gehindert, sozusagen. Ja, wir sind woke oder wir versuchen es zumindest und geben uns alle ganz viel Mühe und deswegen wurde das Tor nicht gegeben. Ja, ich finde es trotzdem kacke. Wirklich. Also, das ist dann, glaube ich, eine Entscheidung, die dem Schiri und dem Schiri-Team sozusagen überlassen wird, oder? Ob er es gibt oder nicht. Mike Magnon mag es doch, in Leute reinzuspringen, er hat sich ja erst rote Karten abgeholt, dass er hier in die Leute rein gejumpt ist wie nichts. Manon? Ja, der Torwart Mike Magnon. Da kann er auch in so einen Dumpfries reinspringen, das juckt doch da gar nicht mehr. Mehr als auf Meter hätte es eh nicht geben können. Warum gibt es eigentlich noch Schiris? Das ist die gute Frage. Also, das kann doch theoretisch alles eine AI erledigen, wa? Naja, gut. Also, eine KI würde ich da nicht hinsetzen. Allerdings. Abseits auf jeden Fall. Ja, eher sozusagen, also, deine Frage ist, oder ich habe die Frage so verstanden, warum gibt es noch Schiris auf dem Feld? Auf dem Zelt oder in Kliffen ja einfach. Ja, ja, wir könnten alles über VARs entscheiden lassen. Aber das ist kacke. Beziehungsweise, warum sind es eigentlich, zum Beispiel beim NFL, glaube ich, also beim American Football, sind, glaube ich, immer zwei Schiris auf dem Platz? Gleichzeitig, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Und warum macht man es nicht beim Fußball genauso? Vier Augen sehen weitaus mehr als zwei Augen. Ja, aber das würde dann ein Hindernis mehr bedeuten, oder? Weil es gibt doch, also. Also, wenn man das übt, dann, glaube ich, kann man auch zu zweit auf dem Platz ein Spiel üben. Ein Schiri reicht. Ein Schiri reicht? Ja, eine Fehlentscheidung reicht, ja. Eine Fehlentscheidung reicht, okay. Dann ist das deine Meinung. Aber ich glaube, Fehlentscheidungen gehören einfach dazu, oder? Das ist ja schon seit... Ja, das ist halt... Wenn es zu perfekt wäre, dann könntest du dich nicht mehr aufregen und... Ja, dann kannst du nicht mehr sagen, Mann, Chris, ey, hättest du einfach mal reinschieben können. War keine Abseits. No. Fisch. Richtig, die gehören dazu für Entscheidungen. Bei mir ist es so, dass ich mit den Schiedsrichterentscheidungen teilweise nicht zufrieden bin in der EM bisher, muss ich ganz ehrlich sagen, weil so klare Ecken nicht gegeben werden, zum Beispiel, ist es jetzt öfter passiert. Da gab es doch einen Skandal jetzt. Da hat doch jetzt ein Schiri ein EM-Spiel gepfiffen, der 2005 in einen Skandal verwickelt war. Du meinst den Skandal damals, den Wettskandal mit Robert Heutzer? Ja, der hat halt Geld angenommen und dass er halt ein bisschen weniger pfeift oder mehr. Der hat Spiele verschoben, genau, ja. Verschoben? Hat er bestimmt für seine typische Wettschweine gemacht. Was hat er genau gemacht? Verschoben oder... Der hat DFB-Pokalspiele verschoben, also manipuliert. Der hat... Ich kann mich nicht ganz genau ans Spiel erinnern, aber es war ein sehr entscheidendes Spiel. Ich glaube, das war HSV gegen Bielefeld, aber... Das nennt man verschieben, wenn man das manipuliert? Ja. Okay, das wusste ich nicht. Ja, und hat dort ganz klare Fehlentscheidungen gepfiffen. Also der hat das manipuliert, aktiv. Und warum ist der jetzt wieder aktiv in einer EM? Der Robert Heutzer pfeift nicht, aber es gibt den Schiedsrichter Felix Brüch. Vielleicht meinst du den. Der hatte sich nicht klar davon distanziert und keiner weiß, inwiefern er da drin verwickelt war oder nicht. Das ist ein Thema, genau. Aber ich glaube, der pfeift keine EM-Spiele. Ich habe bloß in der Zeitung gelesen, irgendjemand... Ich lese noch Zeitung? Ja, ich lese noch Zeitung, Online-Zeitung. Hat sich aufgeregt, dass der Schiri, der jetzt gleich irgendwie ein Spiel schießt, 2005 in sowas verwickelt war, beziehungsweise aktiv Spiele manipuliert hat und auch irgendwie verurteilt oder so, keine Ahnung. Und das ging immer noch mal interessant, ja. Ich dachte, ihr wirst da noch mal mehr. Nee, ich habe aus der Ecke was gehört, allerdings jetzt nicht so detailliert. Max, wie waren deine Empfindungen bei Schiedsrichterentscheidungen bisher? Alles okay oder? Ja, gut, außer das Abseits-Tor jetzt aber. Manche kann nicht nachvollziehen, die anderen hättest du halt oben in die Tonne kloppen können. Da gab es teilweise Entscheidungen, da dachte ich mir, nee. Nee, einfach nee. Fällt dir was ein? Genau wie Niederlande kriegt das Tor nicht. Okay. Und ich mir denke, Junge, du brauchst ja nicht schräg springen. Du kannst auch noch links springen, oder? Der stand ja schräg zu dir. Also parallel, da heißt es doch, oder? Versetzt, würde ich sagen. Ja, Ahnung. Schräg. Schräg. Und der hätte doch auch einfach, statt schräg springen, hätte er einfach zur Seite springen können. Ja, wie weit der Ball entfernt war vom Torwart oder wie... Also dafür, dass der nicht stellt kann, kann er noch niederlande nicht, oder? Ich schweige in den Dummfries. Ja, ich habe es ungefähr vor Augen, aber so detailliert weiß ich das jetzt nicht mehr. Ja, wie war dein, wie ist deine Meinung über das Spiel von England? Gegen, äh... Generell, ja. Aber von mir aus gerne gegen Dänemark, oder was hast du gesehen? Generell jetzt, äh, ist halt Top Team, was nicht leistet, ne? Auf jeden Fall sehe ich genauso. Wie Frankreich. Frankreich, sagen wir mal so. Aus meiner Sicht leistet Frankreich mehr. Ja, die kriegen halt keine Tore. Ja, das kommt dazu. England hat, warte mal, die haben gegen Dänemark 1-1 gespielt. Das Spiel fand ich sehr stark von Dänemark. Ähm, die haben gut dagegen gehalten. Und das erste Spiel hat England gewonnen gegen Serbien, war das richtig? Ja, 1-0. Aber Serbien ist auch die Mannschaft, ne? Serbien hat... Also doch, ja, aber die haben... So im Vergleich zu England... Ja, ist das... Also, klarer Außenseiter. Denke ich auch. Aber Dänemark, du, was die da geliefert haben, fand ich schon gut. Ja, euch auch. Ich hätte den Sieg gegönnt. Ich auch, habe ich zum Schluss auch den Dänen gegönnt. Also, ich bin zwar für England in der WM, aber nachdem, was die hier erst mal gezeigt haben... Ja, man tut sich schwer, ne? Die Engländer anzufeuern, beziehungsweise da noch eine Sympathie... Für die Situation fürs Team zu zeigen. Richtig, weil die einfach schlecht spielen. Für... Das ist der teuerste Kader? Ist das richtig? 1,5 Milliarden? Ja, der Markblatt-mäßig der teuerste Kader, was ich erstaunlich finde. Ich auch, da stimme ich dir zu. Und ja, die reißen so viel wie ich gar nichts. Naja, der Preis bestimmt hätte nicht die Qualität. Ja. Also, die haben Harry Kane vorne drin. Der ist ja der Macher der Bundesliga gewesen. Ein Harry Kane. Ja, genau, ein Harry Kane. Du weißt, über Harry Kane. Bugayo Saka, Phil Foden, Phil Foden. Wen haben die nur noch? Jack Grealish haben die noch. Nein, der ist nicht mit dabei. Der ist zu Hause geblieben, Jack Grealish. Ich habe keine Ahnung, was da los war. Der Trainer von England steht auch hart in der Kritik. Southgate? Gareth Southgate. Gareth Southgate. Southgate. Southgate Südtor, genau. Was mit Declin Weiss haben die den Luchzaufer? Der ist dabei. Der ist dabei. Der hat, glaube ich, auch gespielt. Und ja, Tripier geht immer noch, finde ich. Tripier? Tripier, ja. Der spielt Stamm? Der ist Stamm, auf jeden Fall. Der ist, warte mal, ist ja nicht sogar Captain? Lee Kane, oder? Ja, bin ich mir gerade auch nicht so sicher. Kane ist Captain. Pickford macht ganz gut seinen Job, meiner Meinung nach. Ja, Pickford, der pickt da normalerweise die Battle. Genau, der pickt sich die Rosinen raus und hält die dann auch. Was ist mit Trent Alexander? Ja, spielt auch nicht gut. Der geht halt. Naja, keine Ahnung, der macht ganz okay Ecken und Freistöße. Ja, aber. Damit kommt er dann regelmäßig an den Ball. Aber weißt du, was fehlt? Harry McWire. Harry McWire. Ich finde den, der wird ja eher als Meme dargestellt, der Typ. Aber ich finde den für die Nationalmannschaft ist ja absolut konstant. Ich finde den richtig gut. Ja, ja. Ich frage mich, warum der nicht dabei ist. Wir haben die dafür Tomo Mori, kennt doch keiner den Typ. Kann ich auch nicht. Spiel doch nur bei AC Milan. So, wie ist dein Eindruck zu Deutschland? Ja, ganz okay. Sechs Punkte aus zwei Spielen. Ganz okay. Das ist schon nicht schlecht, ne? Also ich meine, okay, Schottland. Super. Ja, Schottland ist halt Schottland und Ungarn ist Ungarn so. Ungarn. Ungarn ist halt schon eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Ja, das hat man auch gesehen. Neuer hatte gute zwei, drei Paraden, die er bringen musste. Ja, war ganz okay. Die Paraden waren meiner Meinung nach gut. Ja, die war ganz okay. Easy. Wo dann schon wieder das Thema der Torhüterwahl, weiß ich nicht, aber sicherlich etwas runtergeregelt wurde, weil er Leistung bringt. Meiner Meinung nach. Ja, Neuer. Der Neuer, der Manu. Wo man nicht weiß, ob Ter Stegen die genauso gehalten hätte. Aber ich weiß nicht, warum Rüdiger die gelbe Karte in dem Spiel kassiert hat. Ich habe das nicht mitbekommen. Rüdiger hat gegen Ungarn auf einmal gelb kassiert. Ja, war das wegen Lamentieren? Ich weiß nicht, warum. Ich bin mir ziemlich sicher. Also wegen Meckern. Ach so. Glaube ich. Ich weiß nicht. Ich glaube, das war kein Foul. Irgendwas war es und auf einmal hat er gelb bekommen. Ich wusste nicht, warum. Wir saßen ja hier, haben uns das Spiel angeguckt und haben es nicht gecheckt. Übrigens hier im VR ein wunderbares Spielchen geguckt. Der Raum war voll. Die Couch war gut besetzt. Wir hatten alle Chips und Schokolade und wir hatten Spaß. Das war super. Und haben ein gutes Spiel gesehen. Aber wer enttäuscht hat, meiner Meinung nach, aus Deutschland, ist Alirol Sahne. Sani war nicht gut drauf. Der war absolut nicht gut drauf. Das war schade, ja. Und nach dem Spiel gab es auf jeden Fall unter meiner Freundesgruppe, also mit Joel, Andre, Kevin, gab es dann Diskussionen, warum der überhaupt noch dabei ist. Okay. Joel hat gesagt, der muss raus. Okay. Dafür Jule Brand. Der ist nicht dabei. Ja, dafür soll der reinkommen. Er ist nicht nominiert, also der kann nicht eingewechselt werden für Sani. Doch, ist egal. Achso, okay. Nominieren wir. Machen wir. Kannst du ihn nicht nominieren noch? Nee, das ist durch, das Thema. Schade. Na, also, nachdem was Sahne da abgeliefert hat bis jetzt, habe ich ja eher Jule gesehen. Ja. Was sagst du zu Füllkrug und Havertz? Wie siehst du die beiden? Keine Ahnung. Havertz ist halt, er ist gut, aber Füllo auch eigentlich. Aber Ungarn spielen haben die jetzt beide nicht wirklich was gezeigt. Also, da waren eher so das Hauptfaktor, hier unser Mujiala und der Ilkay. Ilkay war super drauf. Der war, der hat ja da Bälle verteilt. Ja, auch groß, meiner Meinung nach. Ja, der hat ja auch die Vorderlinge gespielt, glaube ich. Was hat er gemacht? Für, nee, Mittelstädter die Vorderlinge für, genau, die spielt. Glaube ja, genau. Ja, das war Mittelstädter. Von links rüber. Den finde ich auch super drauf. Mittelstädter ist klasse, hat er alles bei Hertha gelernt. Ja, das wird später über den VfB. Ja. Ich weiß nicht, also eigentlich wirklich, außer Senni, kannst du die über die Mannschaft meiner Meinung nach nicht beschweren. Rüdiger macht seinen Job da hinten top. Ja. Haar ist top. Ja. Die stehen gut zusammen da hinten, rechts Kimmich, ne? Kimmich ist auch, finde ich, auf rechts besser als zentral. Auf jeden Fall. Der gehört da einfach hin. Ja. Das ist seine Position, finde ich. Ja, hat auch jetzt da seine Rolle gut eingenommen. Hat verstanden, was er tun soll. Ja. Ja, meckert weniger, ist weniger angepisst, ist weniger frustriert, irgendwie macht einen guten Job, fertig aus. Ja, Andrich hat ja auch gespielt, ne? Andrich hat auch gespielt, war meiner Meinung nach dann auch ein bisschen übermotiviert, hat sich dann auch direkt mal eine gelbe geholt in so einer Situation, wo du denkst, hm. Aber gut, ich glaube, da sieht er sich wahrscheinlich auch. Er ist so eine Art aggressive Leader. Ja, ich weiß nicht. Andrich, den fand ich jetzt auch nicht so Hammer. Also er war gut so, er hat seinen Job gut gemacht. Okay, ja, solide. Aber halt nicht so Weltklasse. Ja. Wenn ich da lieber gesehen hätte, wäre Pascal Groß. Interessant, ja. Den finde ich ja aktuell von Deutschland mit Musiala und Würz. Ja. Ist ja der beste Mann aktuell, der hat ja die Quali absolut zerlegt. Ja. Und dann wurde er, glaube ich, einmal eingesetzt jetzt bei der EM, oder zweimal, einmal eingewechselt, einmal schlamm, glaube ich. Glaube auch. Ne, nur einmal schlamm hat er. Ich glaube, einmal eingewechselt wurde er. Einmal, einmal eingewechselt wurde er, oder? Erstes Spiel, glaube ich. Aber den fand ich super. Den würde ich lieber sehen als Andrich persönlich. Weil ich finde, der ist halt, wenn der so gut drauf ist, wie in der Quali, dann, der hat ja auch das EM-Spiel ganz gut gespielt, finde ich. Dann, der zerlegt alles. Und Gündogan generell, den habe ich ja, den habe ich ja wenig Vertrauen geschenkt am Anfang, bin ich ehrlich. Ja. Da habe ich gedacht, äh, was macht denn der wieder hier? Aber der macht seinen Job auch sehr solide, finde ich. Der ist defensiv stark, offensiv stark. Hat ja auch sein Tor schon gemacht jetzt in der EM. Sein erstes, glaube ich, EM-Tor. Die EM. Das kann gut sein. Auch ein schönes Tor, finde ich. Ja. Ja, ich weiß nicht. Also von mir aus kann die Mannschaft, ehrlich, außer Andrich, Startelf kann so bleiben. Ja. Außer Andrich, den würde ich aussehen, man kann nicht Startelf echt so bleiben. Ja. Und zwischen Havertz und Fülle, da ist so ein Ding. Aber ich würde immer erst Havertz starten lassen, weil Fülle ist eher so ein Joker für mich. Ja, auch so ein Brecher, der da vorne nochmal richtig reinholzt oder so. Den sehe ich nicht als Stammspieler, aber auf jeden Fall als guten Joker. Ja. Da sehe ich den auf jeden Fall. Ja. Gehe ich mit. Was ist deine Meinung oder was denkst du, erhoffst du dir vom morgigen letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz? Also wir können ja eigentlich nicht nur gute Auftritte hinlegen. Mhm. Ich würde erwarten, dass wir es, ich würde trotzdem sagen, wir werden es gewinnen. Ja. 2-1. Okay. Das wäre mein Tipp. Ich glaube, da habe ich es gerade getippt. Und nicht schön bin ich mir ganz sicher. Ja. Ähm. Aber ich glaube, wir werden wieder vor allen Dingen Defensivleistung zeigen. Das fände ich aktuell ganz gut. Und ich glaube, wir werden einfach viel wieder über unsere Wunderkinder Wurz und Jamal spielen. Ja. Weil vor allen Dingen Jamal finde ich aktuell richtig gut drauf, den Jungen. Ja. Auf jeden Fall in der EM hat er zwei Trogi geschossen, soweit ich weiß. Florian 1, Jamal 2. Top-Torjäger ist er ja, Jamal, aktuell in der EM. Mhm. Mit zwei Toren. Und der spielt auch wirklich echt gut da vorne drin. Also der macht gut Hecknack, über links spielt er ja. Ja. Der ist gut drauf, spielt vor allen Dingen seine Dribblingen und sein Tempo gut aus, finde ich. Mhm. Und dann im Abschluss auch gefährlich, kannst du auf jeden Fall gut mitspielen. Also ich erhoffe mir einen Sieg, ich erwarte auch einen Sieg. Okay. Aber ich glaube, es wird ein verdammt schweres Spiel, weil die Schweizer aktuell ja auch gar nicht so schlecht drauf sind. Ja. Die haben mit Sommer und so, der ist ja auch zur Zeit richtig gut. Granit Xhaka, Serdan Shakiri. Priel, Emble, Mbolo. Mbolo, oha. Der hat gegen, das letzte Spiel der Schweiz war gegen, oh was, Schottland? Ja, er hat ja ein paar Dinger liegen lassen, da vorne. Oh ja. Schottland haben wir gewonnen, oder? Schottland haben wir gewonnen. Ich glaube, es war unentschieden. Ich glaube, unentschieden, ne? Ja, ich bin mir gerade nicht sicher. Also die Schotten sind letzter aktuell, ne? Ja, ich glaube ja. Ich hoffe, Deutschland gewinnt gegen die Schweiz und die Schotten gegen Ungarn, damit die Schotten auch weiterkommen. Ich hoffe wirklich auf die Schotten. Ja? Hast du Bock drauf? Äh, ich will die Schotten mindestens im Viertelfinale sehen. So, und wenn dann Deutschland als Erster weiterkommt, wen wünschst du dir im Achtelfinale als Gegner von Deutschland? Da steht zur Wahl England, Dänemark und müsste ja dann sein Serbien und vergessen. Und vergessen. Egal. Von Frankreich, glaube ich, oder? Ne, die sind Erster. So, wir schauen jetzt mal hier nochmal. Triss, kannst du mal die Gruppe noch zeigen? In die Tabelle. England, Dänemark, Slowenien, Serbien. Serbien? Ich würde ja persönlich, also die Spielstärkst aktuell. Naja, das wäre dann... Ja gut, da entscheidet sich ja noch die Frage, weil die drittbesten... Kommen ja auch weiter. Ja, aber nicht alle, sondern ich glaube, nur vier Stück, glaube ich, sind da. Ja, ich will jetzt hier auch keinen Quatsch erzählen. Vier drittbesten Mannschaft über Kreuzau. Genau, deswegen entscheidet sich dann halt, ob in Gruppe C Deutschland gegen wahrscheinlich Dänemark oder Slowenien, beziehungsweise Serbien dann spielt. Oder ob dann halt nur England und Dänemark weiterkommen ins Abelfinale. Ich würde gerne sehen, dass England noch auf dem zweiten abrutscht. Okay. Wie dann liegen die Engländer spielen. Weil dann wäre ich ganz klar für Deutschland, weil was die aktuell spielen, die Engländer da vorne, ist ja unglaublich. Da wäre Dänemark ja schwerere Gegner meiner Meinung nach. Die Spiele spielen aktuell viel besser als England. Ja. Und dann England, einen guten Titel, Favoriten, schon im Achtelfinale rauszukägeln, ist halt eine gute Grundlage. Ja, um weiterzuziehen. Weil wenn die Engländer dann sagen, in der Achtelfinale gerade so überstanden, ab Viertelfinale machen wir jetzt Stress. Ja. Das ist eine Scheiße. Ja. Das hatten wir ja schon mal, ich weiß nicht, wer es war. Äh, die Kroaten, glaube ich, die haben ja auch, sag ich, das war jetzt irgendwann mal, sind ja irgendwie wieder. Kroatien ist auch eine Turniermannschaft irgendwie meiner Meinung nach. Ja, denen geht es ja auch gar nicht gut aktuell. Nee, die sind nicht gut drauf. Genauso wie Polen. Letzter glücklich, oder? Nee, Belgien ist letzter in seiner Gruppe. Chris, könntest du kurz runterscrollen etwas, bitte? Danke. Wollen wir da schon mal Belgien? Ja, Belgien, Gruppenletzter. OJ, OJ. Ukraine? Wo haben wir Polen? Ja, Gruppe D, Polen. Ah. Wahnsinn. Null Punkte. Unglaublich. Ja, ich habe das Spiel. Aber die Gruppe ist natürlich auch hart. Ich habe das Spiel Polen gegen Österreich in Saturn gesehen. Gestern war das, ne? Ja, ich habe das in Saturn gesehen. Da standen wir, da waren wir in Saturn, keine Ahnung warum. Naja, warum nicht? Weil die nicht draußen sein wollten und da habe ich mich vor den Fernseher gesetzt und habe mir da das Spiel angeschaut, weil das lief da in Saturn. Ja. War ganz interessant eigentlich. Ja. Na, ich würde, wie gesagt, am liebsten England haben, weil von den Teams, die wir bekommen könnten, ist aktuell meiner Meinung nach das schwächste Team, was du bekommen kannst. Ja. Obwohl Serbien auch noch ganz okay wäre, aber ich habe wirklich wenig Vertrauen, dass die Engländer, wenn wir die bekommen, gewinnen. Ja. Außer die denken sich, oh ja, ich, die Deutschen, die schmeißen wir in ihrem eigenen Land raus. Ja. Was praktisch gesehen gar nicht möglich ist. Dass wir, wir können ja dann sagen, wir fahren nach Hause und bleiben einfach da. We are staying home. Ja, we are staying home. Dann heißt es nicht mehr, aber wenn die Engländer rauskommen, dann heißt es nicht mehr, it's coming home, sondern we drive at home. Ja. Und da hätte ich, wenn ich ganz ehrlich bin, Bock drauf. Also so wie die spielen, am Anfang super unterstützt das Team, so wie die jetzt spielen, können sie rausfliegen. Und auch Bellingham, ne? Nicht wirklich. Der Jude? Ja, nicht wirklich am Start. Ja, ich weiß nicht, bei Real Lieder hier kann der gerade so geradeaus laufen. Ja, gefühlt. So, was hätten wir da noch? Chris, würdest du noch mal ein bisschen runter... Was sagst du zu Spanien? Spanien, aktuell, ich weiß nicht, habe ich das Gefühl, die mogeln sich eher so durch die Gruppen durch, aber... Na, gegen Italien, ich meine, das war... Ja, es war schon stark so, aber Italien, klarer Favorit, aktuell mit Deutschland, meiner Meinung nach. Auf den Titel? Auf den Titel, ja. Okay, da sehe ich Spanien weiter vorne als Italien, aber gut. Ne, mit Deutschland. Ja, ja, okay. Ja, Italien, generell, meiner Meinung nach, überhaupt kein Titelfavorit eigentlich. Ah ja. Sehe ich gar nicht als Titelfavoriten. Ja, ja, spielen auch nicht stark. Weiß ich auch nicht, warum die den so hoch als Titelfavorit eingehängt haben. Ja. Weil Italien macht ja absolut nichts. Ist ja wie Frankreich. Oder Portugal auch. Portugal auch super. Nicht wirklich. Eigentlich. Ich fand die gar nicht so schlecht. Ja, okay. Also die ersten, das erste Spiel war, glaube ich, waren die ganz gut eigentlich. Danach eher abgebaut, aber... Ja. Ich weiß nicht. Ne, Portugal hat erst ein Spiel gemacht. Vor allem Belgien und Frankreich finde ich enttäuschend, ja, ganz schön krass. Und England auch. Keine Ahnung, wie England Erster sein kann in der Gruppe. Wirklich, ich weiß es nicht. Oder Frankreich, Zweter in der Gruppe, die hätte ich ja als Letzter gesehen. Da finde ich die Polen fast besser. Die mogeln sich irgendwie durch, haben sich mit einem Eigentor drei Punkte geholt und dann irgendwie einen Unentschieden aufgegriffen. Und kommen dadurch wahrscheinlich noch weiter. Was sagst du zur Türkei? Das Spiel gegen Georgien war ja schon geil. Das war das beste Spiel bisher. Ja, ja, von Ada Güler, der Hammer, das war ein super Spiel, das habe ich persönlich nicht geschaut. Ja. Das hat mir im Herzen weh, nachdem ich mir die Zusammenfassung angesehen habe. Ja. Das war hammer, hammer hart. Vor allem das Tor von Güler war halt richtig krass. Da zeigt sich einfach, was da kam der Junge. Ja. Und meiner Meinung nach kein Titelfavorit, aber hat auf jeden Fall Potenzial da oben. Ja, auf jeden Fall. Also wenn die so weiterspielen, dann können die auf jeden Fall Viertelfinale, vielleicht sogar knappen, vielleicht sogar bis ins Halbfinale kommen. Weiter würde ich sie aber nicht sehen. Ja. Aber vielleicht sogar Halbfinale, das wäre so das, was da noch gehen könnte. Ja. Ja, würde ich sie nicht sehen, aber wenn die wirklich so weiterspielen, ist das Halbfinale sogar halbwegs realistisch. So, dann haben wir heute Spiele und zwar jetzt ist, sollte in Just in diesem Moment angefiffen werden, Georgien gegen Tschechien. Ja, Georgien gegen Tschechien, ne? Ja, was sagst du? Ich weiß, ich habe ihm mein Handy gesagt. Was sagst du? Oh, Tschechien, Georgien mag ich beide nicht, spielen auch beide meiner Meinung nach gar nicht so gut. Ja. Aber Georgien letzter, deswegen würde ich ja auch Tschechien tippen. Okay, dann haben wir nachher Türkei, Portugal. Türkei, Portugal. Das wird, glaube ich, interessant. Das wird ein Hammer, glaube ich. Ja, das wird, glaube ich. Portugal meiner Meinung nach, die spielstärkere Mannschaft. Aber die Türken fallen halt. Aber die Türken motivationsmäßig her. Ja, auch Fanunterstützung hier, heftig. Auch viel besser, finde ich. Ich glaube eher, das wird ein, keine Ahnung, 1-0 für die Türken oder so. Okay. Weil der Ader da wieder so ein Ding raus hat. Ja, schöner Tipp auf jeden Fall. Interessant. So, und dann haben wir heute Abend die Belgier gegen die Rumänen um 21 Stunden. Einmal kurz die Gruppe sehen. Außer Belgien. Ganz unten müsste das sein. Ja, da haben wir es schon. Wie viele Punkte haben sie? Ich kann nicht lesen. Belgien hat 0 Punkte. Slowakei hat 3 Punkte. Ukraine hat 3 Punkte. Und Rumänien auch 3. Ich glaube, das ist mal eine sehr ausgeglichene Gruppe, finde ich, wenn Belgien das gewinnt gegen die Rumänen. Aber so wie die spielen aktuell, glaube ich nicht. Glaube ich wirklich nicht. Also, dein Tipp? 2-1. Für Rumänien? Ja, ja. Cool. Ich finde die Belgier, die spielen absolut scheiße gerade. Eher auch Lukaku vorne drin, Mann. Der Bengel ist so gut. Also, die spielen eher so, als wenn die keine Ahnung hätten, mit wem die überhaupt zusammenstehen. Den Bräuner auch, ne? So, irgendwie. Der Bräuner, ich weiß nicht. Irgendwie, ich habe das Gefühl, mit Haaland, bei City, sind die ja das Green Team da. Da legt er die Dinger vor, womit Lukaku kommt da irgendwie nicht klar. Ja, ja, ja. Oder Lukaku vor Ballerts, eben. Ich finde generell, Belgien absolut unkonstant zurzeit. Haben die Trattoren, Torianer? Ja. Oh, das weiß ich. Ne, die haben kastiert zum Torner. Ach, bin mir nicht sicher. Ich glaube, die haben kastiert. Kriegen auch. Äh, auch generell, meiner Meinung nach, ob Castils oder, äh, Courtois hat so schreckliche Abwehrleistung da hinten, wirklich. Ja. Ich weiß nicht, gegen wen haben sie zuletzt verloren? Der Gen hat verloren gegen, gegen die Slowakei. Das sagt ja eigentlich auch schon alles, oder? Ja, das ist krass. Also, sorry, aber wer gegen die Slowakei verliert? Nichts gegen die Slowakei, das ist kein schlechtes Land, aber es ist halt auch kein gutes Land, ne? Und im Vergleich, Belgien ist halt da so, uh. Ja, Belgien wird gehypt, aber auch schon seit Jahren, ne? Ja, aber die haben mal ihre goldene Generation, ne? Und dann, ich hab das Gefühl, die haben noch nie was hier rissen. Ja, 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 die waren immer im Favoritenkreis dabei, auch die letzten Jahre, gerade mit diesen Spielern auch, ne? Das macht ja dann Sinn, aber haben zwei da nie so richtig. Ja, aber das haben die, Steele, Zwerbong haben die. Naja. Die Fais, der ist ganz gut. Der Bräune, Romelu, Karaschko. Ja, so, außer dann noch die, mal abschließend noch eine Frage, außer dass du im Saturn Fußball geguckt hast, wie hast du die EM noch so wahrgenommen? Hast du mal ein paar Fangruppen gesehen? Gestern Polen, äh, war natürlich das Polenspiel hier in Berlin, da waren ja, das war ja voll die Stadt mit polnischen Fans, war super. Auch im Stadion, Hammer. Viele Österreicher, viele Polen. Bin ich in der Innenstadt unterwegs, deswegen. Ja, würdest du es gerne mal machen? Würdest du vielleicht einfach mal Richtung City fahren und mal, einfach mal so eine, so eine, ähm, also einfach mal schnuppern, so rein schnuppern, so mal, also Straße 17. Juni zum Brandenburger Tor mal laufen, Reichstag, da sind ja auch hin und wieder ein paar Sachen aufgebaut, also sei es Public Viewing, äh, beziehungsweise Aktionen, verschiedene und so. Hättest du da noch Bock drauf? Ich glaub, also irgendwie schon, ja, aber ich hab's halt nicht mit Menschen, so. Vor allem Public Viewing ist eigentlich cool, will ich aber nicht hin, weil mir da zu viele Leute sind. Ja. Und, äh, ich bin generell, ich bin Meister darin, irgendwas zu verlieren und mir sorgen, um alles zu machen. Okay, okay. Und wenn ich dann da bin, hab ich durchgängig Angst, dass ich irgendwas von mir verliere und nie wiederfinde. Hm. Oder, dass mir irgendwas geklaut wird von, keine Ahnung, einem Deutschen, der sich denkt, ja, scheiße, haben wir verloren. Ja, äh, du, das, äh, sagen wir mal so, Sachen kann man immer verlieren. Aber gut, ähm. Ich hab's nicht mit Menschen, ich glaub, wenn ein paar von meinen Freunden mitkommen würden, bestimmt, aber alleine auf keinen Fall. Okay. Nee, alleine war, also, muss ja nicht. Wenn wir da in einer Gruppe hingehen würden, keine Ahnung. Naja, Arne wollte ja neulich mit André, und da wärst, sagen wir, wärst du mitgegangen oder eher nicht so? Äh, ja, ich weiß nicht, vielleicht. Okay. Kommt drauf an, ich glaub, es kommt drauf an, wie schön das Wetter ist und welchen Lacken wir heute Abend haben. Auch das, natürlich, ja. Also, wenn mir nicht danach ist, dann geh ich nicht, aber wenn ich sage, oh ja. Oder mal so auf den Freitagabend. Mir ist zu verlangweilig, da geh ich jetzt hin, dann geh ich da jetzt hin. Freitagabend, Samstag, auf den Sonntag mal schön so. Ja, nicht auf den Sonntag, auf den Sonntag wird's gezockt oder auf den Freitag hoch. Also eigentlich nur Samstagabend. Dann hast du ja fast gar keine Zeit dafür. Ja, ich weiß. Gut, die EM ist ja noch ein bisschen, ja. Wir sind ja gerade mal Ende der Gruppenphase angelangt. Ja, guten Deutschland, Spanien weiter. Ja. In diesem Sinne, Max, es war mir ein Fest. Danke, dass du wieder dabei warst. Danke an Chris für die Unterstützung mit der Technik, ja, neuerdings auch mit Video. Es ist schön. Vielen Dank. Ich freue mich auch. Ich freue mich, dass du das so. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Gute, viel Spaß weiterhin bei der EM, Max. Und auch dir, Chris natürlich. Und auch mir. Danke. Ciao. Ciao. Kurz und knackig. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Zurück!